Bali, wer kommt da? Hm? Wer kommt da, Bali? Pass auf. Fass. Fass, Bali, fass. Hi. Ich versuche, Bali abzurichten. Bali was? Ich versuche, Bali abzurichten. Okay. Was macht er so? Der ist ganz lieb. Sehr schön. Sehr schön. Hi. Ach nein, hat er auch gesagt. Nein, auch schön bist du. Auch butterweich bist du. Freut mich, dass er zusammen liegt. Ja. Ich war auch bei Wulmi, hab mich kurz zu Wulmi gelegt, aber der will so ein bisschen seine Ruhe haben. Kuschi ist draußen gewesen. Mache, nein. Mhm, die ist gerade reingekommen. Sehr schön. Ich hatte eigentlich so viel vor, aber ich hab gar nichts gemacht. Ich kenn das. Ich wollte das Bett abbauen von Elias. Ich hab einfach keine Kraft gehabt. Aber das geht ja ganz schnell. Willst du zu Wulmi? Mhm. Komm. Wo ist der? Im Schlafzimmer. Ich hab ihn noch ein bisschen eingekuschelt mit der Decke. Oh. Oh, die Schirren. Oh, die Schirren. Oh, die Schirren. Ach nein, der ist voll krank. Dem ging's aber vorhin ein bisschen besser. Der hat auch gefressen. Ich hab ihm ein bisschen Nassfutter gegeben. Nein, nicht miauen. Ist okay. Warten wir mal bis morgen ab, weil das Antibiotikum wirkt auch erst nach zwei bis drei Tagen wie beim Menschen auch, hat sie gesagt. Und dann willst du nur bis morgen warten, ja? Geht ja rein, rechte Rechnisse auf, ja? Nein, aber trotzdem merkt man, ob es ihm morgen schon etwas besser geht. Eine Verbesserung. Muss man schon irgendwie sehen. Na hur, mai. Der Bali hat auch vorhin gespielt und dann hat er auch so ein bisschen mitgespielt. Gestern auch. Der hat so ein bisschen mitgespielt und so. Aber der ist halt so ein bisschen behindert. Ja. Das wird schon wieder. Oh nein, der will eigentlich nicht. Dann muss er würgen. Ich hab ihn vorhin hier gestreichelt am Hals. Hat das ihm wehgetan? Ja, ich glaub schon. Hast du dicker Hals? Sollen wir deine Mandeln rausnehmen lassen? Hä? Ich hab meine Mandeln noch draußen, seitdem geht's mir gut. Sollen wir auch... Nein, Wurmilein. Och. Ja. Mein Schatz ist der. Weil er so liebevoll ist, möchte man auch liebevoll zu ihm sein. Das ist das. Ja. Komm, wir lassen ihn in Ruhr. Ja. Der Arme. Der kommt schon. Okay, Schatzi. Wenn du willst, dann kommst du. Bali. Bali, was machst du da? Hallo, was machst du denn da? Komm mal da raus, bitte. Auf. Das ist ein Abstellraum und kein Katzenraum. Komm, wir spielen ein bisschen Spirale. Brav, Kuschilein. Brav, Kuschi. Der macht dir doch gar nichts. Hm? Der ist doch ganz lieb. Und du bist auch ganz lieb. Komm. Willst du Spirale spielen? Kuschi? Komm. Ich hab dich noch nie spielen sehen. Komm. War ja klar. Du? Aber am besten nicht, wenn die Kuschel hier steht. Komm. Ich mach dir was, Schatz. Alles gut. Aber was denn überhaupt, Schatz? Guck mal, kleine Kuschel deinen. Ich hab auch was für dich. Njamm. Njamm. Hier. Lecker, lecker. Hau rein, Mädchen. Ja, dir hab ich auch angeboten. Du wolltest nicht. Willst du es nochmal probieren? Ja, du möchtest nicht. Was soll ich machen? Hm? Sorry. Probier. Hier. Hier. Adi. Hier. Hier. Nein. Dann kriegt die Kuschi das noch. Hier, kleines. Bitteschön. Kannst du mal bitte... Adi. Gehst du mal... Sag mal. Runter. Was machst du da? Oh, ich bin erschreckt. Komm raus. Komm raus. Hopp. Raus da. Ali, komm raus. Hopp. Geh raus. Ja, Putter zum Testen ist das. Aber jetzt mach nicht. Jetzt ist es verboten. Komm raus da. Hopp. Ich glaube, ich muss das in Sicherheit bringen. Popf. Ja, die Kushi braucht noch ein bisschen. Und du stehst wieder da und beobachtest alles. Kushi, du provozierst aber auch die ganze Zeit. Die sind sich einfach begegnet, oder? Ja. Die will doch nur spielen. Bist du jetzt beleidigt? Das ist halt typisch Kushi. Guck, jetzt kommt sie wieder raus. Das wird schon. Ja, die ist bisschen beschädigt von Wulmi. Und wo ist Wulmi? Wie geht's dem heute? Hm? Wie geht's dir heute? Du willst raus schon die ganze Zeit, ne? Guck mal, deine Pupillen sind immer noch so groß. Du kannst nicht raus. Das geht nicht. Hm? Der sitzt die ganze Zeit vor der Tür und möchte raus. girls Also, die Natur wäre krank. Aber es funktioniert leider nicht. 动 ist krank. Wollt ihr ein bisschen im Wintergarten? Komm, ich mach euch mal hier auf. Krim, ich mach euch mal auf. Wulmi, ich kann dich nicht rauslassen. Geht nicht. Boah, kalt. Wollme, du kannst nicht raus, Schatzi. Es geht nicht, Schatzi-Lein. Es ist richtig kalt draußen. Nee, du brauchst doch nicht sauer sein. Schatz, kümmere dich um deine Katzen, bitte. Ja. Du guckst dir die ganze Zeit den Wetterbericht an. Warum? Es soll warm werden in einer Woche. So richtig schön. Was heißt so, 20 Grad, 22 Grad? Nee, so 46 Grad oder so. Kushi? Prima, Kushi-Lein. So, meine Schleppleine ist auch angekommen. Eine 15 Meter Schleppleine. Und heute werden wir auf jeden Fall mal das Geschirr vom Badi dran machen. Und dann werde ich den Kärl mal draußen anbinden. Da freut er sich bestimmt. Aber Wurmi darf nicht raus, das ist auch gemein. Das geht auch nicht. Das geht auch nicht.